Ich finde es toll, dass diesmal erstmals gesamteuropäische Vorwahlen stattfinden. Das Problem Europas ist vor allem eines, dass die Nationalstaaten wieder stärker machen. Je mehr wir die Wahl als gesamteuropäisch sehen, nicht zu schauen, aus welcher Nationalität jemand kommt, umso besser. Ich finde es auch gut, dass gerade wir als Südtiroler uns diesbezüglich Gedanken machen, wer uns dort am besten vertritt. Es geht nicht darum, dass immer die einzelnen Regionen, den einzelnen Staat, sondern wer das gesamte, vor allem das Friedensprojekt Europa am besten unterstützt. Die Überwindung der Nationalismen scheint mir so wichtig zu sein. Und das wird mit diesen Vorwahlen signalisieren.